Hallo und Willkommen zur dritten Peperoni Time! Alter, was machst du denn hier? Ein Schnauzerler, mal weiter. Hi Leute, ich bin Alex und ihr seht mich jetzt ein bisschen öfter. Ja, kommen wir auch zu dem ersten Video heute, was wir kommentieren, das Penisgrößendurchschnittsvideo. Es gibt heute leider keine Outtakes, da wir so gut sind und keine Fehler mehr vor der Kamera machen. Ja okay, jemand hat die ganzen Outtakes gelöscht und deswegen haben wir keine. Ja und ich habe mir zur Aufgabe genommen, euren Penisdurchschnitt zu bemessen und das Ergebnis kommt jetzt. 25,27 Zentimeter, also damit habt ihr wirklich den Größen auf der ganzen Welt. Kein Kometar. Alter, was sind Kometer? Vielleicht meint der Komet oder so. Ich google das mal eben. Mach noch mehrere! Ja, mehrere auf jeden Fall, klar. Was hättest du denn gerne? Tittengrößen, Arschlochgrößen, Nasengrößen, was gibt's noch? Kinderschönergrößen. Kinderschönergrößen, oah! Südkoreaner haben's verdient? Lol, etwas rassistisch hier. Aber selbst wenn, wieso? Hast du Gangnam Style so doll? Nee, ich bin nur Rassist. Computer abgestürzt. Alter, wie willst du denn mit Sex haben? Ich meine, du stirbst ja direkt, wenn du einen Steifen bekommst und du bringst dann eine Frau direkt um, wenn du ihn reinsteckst. Du tust mir voll leid. Ich spiel halb Franzose, kein Scherz. Also nur halblanges Spaghetti. SinterkTV hat kommentiert. Ein bisschen da auf losgekommen. Boah, der ist schlau, Alter. Der ist schlau, Alter. Boah, der ist schlau, Alter. So, dann kommen wir jetzt zu den Kommentaren vom interaktiven YouTube Quiz. Du bist dumm und hobbylos. Alter, der hat vollkommen recht. Ich hab keine Hobbys. Ich auch nicht. Weißt du was? Lass uns Videos drehen. Ja, aber was machst du wegen dem Dummen? Das Quiz war zu leicht. Das war zu einfach. Das Quiz war zu leicht. Oh Gott, die Fragen waren echt zu einfach. Okay, also dann verrat mir mal, warum 760 Leute das Quiz begonnen haben und nur ca. 20% davon das Quiz auch wirklich geschafft haben. Ist echt cool. Aber zwei Fragen musste ich raten. Aha, seht ihr? Ihr habt das denn nun geraten. Die letzte Frage bis zum Schluss sehen. Genau das hätte ich nicht tun sollen. Im Namen des ganzen Coden im Peperoni-Teams entschuldige ich mich bei dir. Das machen wir nicht bei dir. Ja, und wir haben die 2000 Abonnenten erreicht. Ah, und der Abonnent des Monats März ist Meli5238. Geht's wieder? Ja, ja. Ja, und beim letzten Mal habe ich euch ja dazu aufgefordert, so ein paar Slogans für uns zu schreiben und da ist auch eine Menge bei rumgekommen und wir haben uns die Besten ausgesucht und die lesen wir jetzt vor. Codename Pepperoni, schärfer geht nicht. Codename Pepperoni, can you handle that taste? Codename Pepperoni, das S steht für scharf. Das ist gar keine Sala. Das ist der Witz dabei immer. Das ist der Witz. Zu scharf um wahr zu sein. Codename Pepperoni. You get horny with Codename Pepperoni. Das ist übrigens unser Favorit, ja? Scharf, schärfer, Codename Pepperoni. Ja, und den Favoriten von den Slogans könnt ihr voten. Bei uns auf der Facebook-Seite werden wir so ein Voting machen und wir werden dann den mit den meisten Stimmen halt nehmen für uns. Okay, Leute, was wir jetzt noch von euch wissen wollen, ist, welche Videos und welche Formate ihr von uns am coolsten findet, damit wir halt für euch die coolsten Videos drehen können. Wir haben da zum Beispiel Chroniken von Luise, die YouTube-Millionär-Sachen, Interviews, Spieleparodien, Musik, Filmeparodien, Vlogs, Outtakes, Noch viel, viel mehr. Genau. Schreibt uns einfach in die Kommentare, was ihr von unserem coolsten findet und was ihr weiterhin sehen wollt. Oder was von uns am beschissensten gewesen ist und was ihr überhaupt gar nicht mehr sehen wollt. Bye-bye. Ich wollt grad sagen, wollt ihr einen betrunkenen Urissen sehen?